Also ich glaube erstmal ein ganz wichtiger Aspekt, der sich sozusagen aus dem herleitet, wo ich mich jetzt mit beschäftigt habe, ist natürlich die Spaltung der Arbeiterbewegung. Also der 4. August 1914, als der Tag, wo die Sozialdemokratische Reichstagsfraktion den Kriegskrediten zustimmt, der wirklich dazu führt, dass sich die bis dahin relativ einige Linke aufspaltet in einen Flügel, der den Krieg unterstützt und einen Flügel, der dagegen ist. Später dann Kommunistische Partei und SPD. Und das ist ja nun etwas, was wirklich bis heute nachwirkt. Also die SPD ist natürlich mehr oder weniger ungebrochen, seitdem existiert sie. Aber eben mit der Linken haben wir ja auch eine Partei, die schon in einer gewissen Weile in dieser Tradition der KPD steht. Das ist, denke ich, das eine. Gaza-Konflikt und so. Über Griechenland spricht zum Beispiel auch gar keiner mehr. Es ist ja nur eine ökonomische Krise. Dass wir da wirklich schon Entwicklungen wiedererkennen können, die nun schon fast 100 Jahre alt sind. Ja, also vielleicht sozusagen, da sind wir ja bei dem ersten Punkt nochmal, bei der Frage, wie sich die Sozialdemokratie verhalten hat. Also ich glaube, das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Lehre für eine heutige Linke. Also die Haltung, die die Sozialdemokratie eigentlich vor 1914 vertreten hat, dass man sich nämlich nicht an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt. Dass das eigentlich etwas ist, wo die Linke bis heute auch bleiben sollte und wo im Moment ja auch die Linkspartei steht, auch wenn es da sicher Stimmen in der Partei gibt, die das gerne auch aufweichen würden. Und ansonsten in der internationalen Entwicklung, da habe ich es eben vor allen Dingen als Parallele gemeint. Also, dass es einfach sehr erschreckend ist, obwohl wir vermeintlich 100 Jahre Zivilisationsfortschritt haben, dass wir trotzdem immer noch sozusagen die gleiche Grundstruktur haben, die ähnlich gefährliche Situationen hervorbringt, wie sie halt vor 100 Jahren existiert haben. Wie stehen Sie denn zur These, dass der Erste Weltkrieg zur Brutalisierung der Menschen und den politischen Prozessen beigetragen hat? Also ich glaube, also jetzt auch sozusagen in Bezug auf das, womit ich mich beschäftige mit der Arbeiterbewegung, ich glaube, dass der Erste Weltkrieg da eine Rolle gespielt hat. Wir sehen das ja auch, sozusagen Militarisierung von den Organisationen der Arbeiterbewegung, Rotfrontkämpferbund oder Reichsbahner Schwarz-Rot-Gold. Aber ich glaube, dass eine ganz, ganz wichtige Rolle die Zeit nach dem Krieg oder am Ende des Krieges gespielt hat, wo wir eine radikalisierung, eine politische Radikalisierung in Deutschland erleben, die einerseits die Linke betrifft, aber natürlich auch die Rechte und politische Gewalt, vor allen Dingen von der Rechten aus, gegen die Freikorps, die durchs Land gezogen sind und Rätebewegungen niedergemetzelt haben. Und natürlich auch die Reichswehr, die gegen die streikenden, demonstrierenden Arbeiter vorgegangen ist. Und dass eben sozusagen diese Schutztruppen der Arbeiterbewegung schon auch eine Reaktion waren auf diese Radikalisierung der Rechten und die Brutalisierung der Politik der Rechten. Und worin sehen Sie ganz konkrete Verbindungslinien zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus oder der Entwicklung zum Nationalsozialismus hin, auch in diesen Bewegungen? Absolut. Also ich meine, die Ersten, die das Hakenkreuz mit sich getragen haben, waren die Freikorps, die eben nach dem Krieg die Rettebewegung niedergeschlagen haben. Und es war ja auch, also für die Nazis war das ja immer die Schmach von 1918, die Deutschstoßlegende, die entstanden ist, wonach sozusagen die deutsche Armee im Felde unbesiegt war und sozusagen vom Feind im eigenen Land hinterrücks niedergestochen wurde. Und das wollte man ja alles beseitigen. Und es kommt nicht von ungefähr, dass das Erste, was die Nazis gemacht haben, als sie 1933 an die Macht gekommen sind, dass sie halt die deutsche Arbeiterbewegung zerschlagen haben, dass sie die KPD verboten haben, dass sie sozusagen die Gewerkschaften aufgelöst haben, die Sozialdemokratie verboten haben und deren Mitglieder halt in die ersten Konzentrationslager gesteckt haben. Insofern war das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element, das Auslöschen dieser Erinnerung an die Revolution oder eine wichtige Motivation für die Nazis. Und auch, dass die Reichspogromnacht am 9. November stattgefunden hat, das war auch nicht von ungefähr, sondern hat man wirklich auch versucht, einen Tag, der bis jetzt positiv besetzt war mit der Revolution, also von linker Seite positiv besetzt war, sozusagen da auch die Erinnerung auszulöschen. Vielen Dank.